Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play City Skylines Es spielt gerade ein bisschen lauter auf meinen Ohren, merke ich gerade Okay, wir sind hier Du hast keine Verbindung Was bist du gerade mit Feierwache? Achso, na gut Stimmt, ich habe dich einfach abgebaut So, jetzt sollte es wieder gehen Und wir haben im letzten Part unsere Autobahn ein bisschen ausgebaut Was kommt das unter? Ich merke, weil hier niemand lang fährt Vor allem, weil hier nichts ist Was? Äh, Kreuzung Verkehr Warte mal, ja hier, ich weiß ja, da kann ich nichts gegen machen Vor allem, wo soll ich denn noch überall Ausfahrten hinbauen? Ich mein, ich kann ja nicht noch irgendwas hinbauen Ich mein, das hier ist ja schon scheiß, dass ich das gebaut hab Ich könnte maximal dann hier noch irgendwie was abführen, was dann irgendwo hier unten rangeht oder so Aber hier ist ja auch schon relativ voll alles Vielleicht könnte ich noch ein paar Autobahnauffahrten gebrauchen oder so Vielleicht könnte ich noch ein paar Autobahnauffahrten gebrauchen oder so Ist das eine Auffahrt? Ja Eine Autobahnauffahrt, okay, aber wo soll ich eine Ausfahrt dran bauen? Weil ich mein, hier stoße ich auch schon alles Weil ich mein, hier stoße ich auch schon alles Ich könnte vielleicht noch versuchen Ich glaub das wird nichts Dann von Hier noch irgendwie Oh Gott, ey Oh Gott, ey Oh Gott, ey Natürlich nicht Natürlich nicht Guck mal was da jetzt passiert Guck mal was da jetzt passiert Vielleicht soll ich versuchen hier alles über diesen Kreis zu machen, sondern hier unten nochmal Warte mal Warte mal, ich hab die Dings nicht fertig gebaut, ne Stimmt, scheiße Die Zugstrecke Ähh Zug So, ich soll jetzt wieder funktionieren Und jetzt wollte ich Das kann ich nicht mehr größer machen Beziehungsweise kann ich jetzt grad nicht groß machen wenn die Müllverbindungsanlagen, oder? Ähh Bewegen 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 Gerade Straße Warte ich mach das mal so Gut, das muss ich nicht so wie ich es mir vorstelle Gut das muss ich nicht so wie ich es mir vorstelle Und jetzt von hier hier rüber und mal gucken was das hier bringt Da steht jetzt einfach komplett was soll denn das? Wo habe ich denn wenig Verkehr? Ich müsste irgendwie das schaffen, dass hier hinten was rauf geht Aber dafür müsste ich ja auch wie so eine scheiß Autobahn erstmal rüber ziehen Also am besten wäre es wenn 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 Hier noch ein großes Obwohl hier ist ja auch schon alles fast voll Gut Gut Wie wäre es wenn ich dann einfach hier von mal versuche was abzuziehen Und das kommt dann hier unten ran Ach scheiße das sind Kreuzungen geworden ne? Das würde mir wahrscheinlich nichts bringen ne? Ja Da will sich wieso keiner hin Gut das ist das komplett unnötig und hier ist einfach nur ein scheiß Kreuzungen entstanden Gut dann löschen wir das schnell wieder Ich hatte 75.000 Einwohner und jetzt habe ich noch 66.000 Ok es schaut sich hier komplett wieder Ich kann hier einfach nichts machen das ist das Problem Ich habe hier einfach viel zu viel Verkehr vor allem wo wollen die denn alle hin? Ok die Kreuzungen hier ist scheiße Am besten brauche ich die irgendwie hier so mittig hin Dann können die wenigstens hier erstmal ein bisschen rein fahren Ich weiß nicht diese Stadt läuft echt ganz gut Er ist halt einfach wirklich nur dieser scheiß hier Der zerstört mir eigentlich alles Das Problem ist auch dass das hier einfach dass hier nur eine Einfahrt ist Das heißt ich müsste jetzt theoretisch eine Autobahn nehmen und die hier irgendwie so einmal rüber buxieren Wenn das irgendwie funktioniert Und das soll am besten hier unten ran Und ihr seid schon da unten ran Du Muggel Dann soll ich hier die Autobahnausfahrt hin Ich weiß nicht ob die alle da hin wollen oder ob da überhaupt jemand hin will Also ein paar kann ich hier schon abnehmen Ja was kann ich hier machen Die wollen hier ja alle hin Hier schaut sie es auch schon komplett Und dann das hier einfach an den Kreisel ran Und dann das hier einfach an den Kreisel ran Und dann von den Kreisel vielleicht noch Obwohl hier haben wir auch schon eine Ausfahrt Das muss eigentlich so reichen Das da so eine extra kreuzung ist auch komplett und Aber Oh Gott hier ist das einfach so beschissig Ich kann hier nichts machen Hier stottert sich ja auch schon Und noch eine Einfahrt kann ich ja nicht bauen Jetzt habe ich diesen Kreis schon mal komplett entlastet eigentlich Hier fahren jetzt schon viele rüber Viele nicht aber es fahren hier einige rüber Und die wollen einfach noch hier unten in das Gebiet Dann könnten wir theoretisch einfach Hier eine Ausfahrt machen und die irgendwie hier ran setzen Am besten hier so Bringt mir das überhaupt irgendwas? Ich weiß nicht Also wir brauchen immer noch Industrie und Wohnraum Äh nicht Industrie äh Geschäftsstätten Eigentlich können wir hier noch ein bisschen Wohnraum heransetzen Das sind ja sowieso wenig befahrene Straßen Ja und dann können wir hier noch ein bisschen Gewerbe zupacken Wasser habt ihr auch nicht mehr? Ähm Gut Ich würde sagen hier nehme ich die Ausfahrt einfach komplett weg Dann müssen die hier rüber fahren Und diese Ausfahrt baue ich dann Da hinten ran Super ich sehe gar nichts gerade Ich sehe gar nichts gerade Achso ne Moment das war schon richtig so Hier ist ja schon eine Eisenbahnbrücke Ich dachte ich müsste hier gerade äh Da lang nachbauen Okay und am besten fahren die dann von hier rüber Oder? Gucken wir mal wie sich das Wie sich das entwickelt Okay hier ist wieder krasser Stau Okay hier ist wieder krasser Stau Das Problem ist einfach Wenn ich jetzt hier Hier hatte ich ja ein krasses Stau Problem Was jetzt auch übrigens wieder gerade auftritt Jetzt staut sich das hier hinten auch schon wieder Was eigentlich vorher gut war Aber was soll ich denn hier machen? Ich kann doch Ich kann doch nicht an Wie habe ich es eigentlich geschafft dass meine Stadt so riesig wird? Das ist ja kompletter Scheiß Wieso bist du kaputt? Ist da ein Blitz eingeschlagen oder was? Okay nicht nur kaufend Produkte ja dann mach doch irgendwas Wollen ja sie überall hier Was soll ich denn machen? Exportiert oder was? Mir doch egal was ihr macht ey Ja hier ist auch Ein bisschen Problem Aber das ist ja hell sich angrenzen Das ist ja noch machbar Hier ist auch noch ein Problem Oh Gott Also ich glaube die ganzen Parts werden jetzt nur daraus bestehen Dass ich versuche den Verkehr zu regeln Was ich nicht schaffe Und ansonsten passiert eigentlich nichts mit diesem Spiel Okay hier ist noch krass viel Verkehr Ich glaube hier ist es angebracht mal wieder über einen Kreisel nachzudenken Wir können erstmal einen kleinen bauen Wir können erstmal einen kleinen bauen Möchst du nur irgendwie rangehen bitte? Gut Dann bieten wir dir jetzt noch eine zweite Müllkipp Ach hier ist eine Müllkippe ne Äh falsche Tasse gedrückt Dann dass sie hier hinten noch lang fahren können Und Der führt dann Warte mal Der führt dann hier ran Dann nehmen wir noch eine Autobahnausfahrt Die ziehen wir dann von Hier hinten Und was ist denn hier im Weg Das ist meine Müllverbindungsanlagen Gut Vor allem bei diesem Regen sieht man einfach gar nichts Das ist so schlimm in diesem Spiel Vor allem nachts nicht Nachts war Regen Aber es ist vorbei So Dann können die hier rauf fahren Was mir grad nichts bringt merke ich Also es bringt ja eigentlich gar nichts Die wollen ja nicht hier direkt rein Die wollen ja auch raus fahren ne Ja Ja und raus könnte ich dann auch noch da irgendwie Ja und raus könnte ich dann auch noch da irgendwie Okay Wie mache ich das denn jetzt am besten Ich lass mal Das Spiel laufen zu gucken Ob es irgendwie gleich Tag wird Damit ich irgendwas machen kann Nein Ich hab kein Wasser her Holt nicht rum Das krieg ich noch hin So Die haben jetzt nicht mal ne Wasserprobleme Was denn Warum sie sich schon wie überleicht Ich hab hier doch immer krematorien Sind sie in der Friedhof hinwacht für euch oder was Ja nehmt euch Zack So Hier ist auch schon wieder alles tot Gut Ich will machen dass ich von Hier hin Ne Und hier rauf komme Auf diese Autobahnenausfahrt Die kommen wir schon mal nicht raus das ist schlecht Meine Güte das ist doch so beschissen dass man das Wetter nicht einfach mal ändern kann wenn man wieder irgendwas sieht Warte mal ich mach das mal anders Das ist ja die Autobahn Die Autobahn soll Hier rüber gehen Und die Ausfahrt soll dann hier hinten lang gehen Warte mal was ist eigentlich mit dir hier Du sollst da auf den Boden gehen Du sollst hier an den Kreisel ran Und du sollst dann Du sollst dann hier Aber wohl nicht Ich kann hier da unten an den Kreisel machen dann können die da lang fahren Aber jetzt warst du komplett unnötig oder? Eigentlich ist der ja komplett unnötig jetzt denn jetzt kann ich ja eigentlich diese autobahn direkt hier anziehen und von hier könnte man dann auch noch eins machen das dann hier runter führt hat das jetzt was gebracht oder nicht ich glaube nicht was soll ich hier machen jetzt waren die alle hier lang oder was so für ein arsch ist das was für ein schöner sonderfahrer ist die ganze zeit scheiß regn ist voll geil oder werden leute abgeholt jetzt staut sich hier schon wieder es ist läuft ja irgendwie ja gut also ein bisschen mehr steuern einsacken gut hier läuft das auch noch nicht so wirklich rund das hier werde ich bestimmt immer noch benutzen aber es ist komplett unnötig im moment das kann doch echt nicht sein müllberge es kann nicht sein dass das hier wo ist denn die warte warte dass hier eine müllverbrennungsanlage ist die nicht voll ist wie man sieht dass hier eine scheiß müllkipp ist die nicht voll ist wie man sieht dass das nicht abgeholt wird das ist doch lächerlich und wie kann das sein dass die feuerwehr hier ist nicht mehr wirklich viel verkehr und hier ist eine feuerwehr dass dies nicht schafft diese scheiß hier zu beheben am besten war ich auch noch schon in der untergrundstraße und dann wende ich auch den part gefällt natürlich wieder zu steil danke schön spiel so gut so leute darauf hat euch gefallen bis zum nächsten mal haut drin tschau